Wie tief kann die Menschheit eigentlich noch sinken, frage ich mich. Ich habe mir gerade einen Bericht angehört, was mit den Kindern in Bayern jetzt stattfindet, die an den Schulen sind und ich habe mich ja früher schon mal gefragt, ob ich mich eigentlich innerhalb oder außerhalb einer Psychiatrie befinde und wenn ich das sehe und höre, dann sehe ich keinen Unterschied mehr. Die Kinder kommen in die Schule und werden dort auf staatliche Anordnung gequält. Was ist in diesem Land los? Was ich nicht begreife ist, dass der Terror auf die Kleinsten und Hilflosesten abzielt und alle mitmachen, alle von euch machen mit, von der Schulleitung über die Lehrer, über die Eltern. Ihr macht alle mit. Und ich frage euch, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Das mit euren eigenen Kindern zu machen. Warum wehrt ihr euch nicht? Warum schließt ihr euch nicht alle zusammen und beendet diesen Terror und diesen Irrsinn? Könnt ihr mir das mal erklären? Ich meine, ich bin Traumatherapeut, ich sage es ja in jedem Video, falls neue Leute hier dazukommen. Da brauche ich mich nicht sorgen, dass ich die nächsten 50 Jahre keine Klienten habe. Das sind die neuen Klienten. Frühkindliche Traumatisierung auf staatliche Anordnung. Und was da eigentlich an Schaden angerichtet wird, das kann man an sich überhaupt erst wirklich überblicken, wenn man sich mit Trauma beschäftigt, mit Bindung und so weiter. Das ist eine absolute Katastrophe. Nicht nur für jeden Einzelnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Da werden Dinge in die Nervensysteme installiert, die für eine Gesellschaft, zumindest für eine freie und gesunde Gesellschaft, eine einzige Katastrophe sind. Das sind unfassbare teuflische Vorgänge, muss man eigentlich sagen. Und diese Lehrer, ja, was ist mit diesen Lehrern los, die da noch mitmachen? Der Gipfel von dem Ganzen, was ich mir vorstelle, wäre dann der Geschichtsunterricht, wo der Lehrer über die Menschen im Dritten Reich in Deutschland lehrt und sagt, wie das gekommen ist, dass die Menschen alle mitgemacht haben, keiner sich gewehrt hat und so weiter und so weiter. Und das erzählt er einer Gruppe von Schülern, die eine Maske aufhaben. Ja, geht's noch? Ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, ganz ehrlich. Aber wenn ich welche hätte, dann würde ich alles tun, um mich mit anderen Eltern zu verbinden, Kraft aufzubauen und dann gemeinsam gegen die Schule vorzugehen und diese Lehrer und diese Schulleiter zur Rede zu stellen. Habt ihr jeden gesunden Menschenverstand verloren? Warum quält ihr eure Kinder? Warum? Und noch ohne wissenschaftliche und rechtliche Grundlage. Das ist doch unfassbar. Die Lehrerschaft als Ganzes müsste aufstehen und sich verweigern, auch nur noch einen Tag Schuldienst zu leisten. Und was macht ihr? Ihr macht alle mit. Eine Schande ist das. Schämt euch.